Guten Tag, ich bin Dr. Emesha Kovac. Ich arbeite in Diamandant Zahnklinik als Fachärztin. Jetzt möchte ich Ihnen die Neuheit der Zahnmedizin vorstellen. Diese digitale Abdrucksnahme von Trichep Trios. Mit diesen Geräten kann man die Abdrucksnahme schneller, präziser und einfacher machen. Jetzt zeige ich Ihnen beide Methoden von Abdrucksnahme, zu zeigen, was ist der Unterschied zwischen der herkömmlichen und der digitalen Abdrucksnahme. Jetzt zeige ich Ihnen die herkömmliche Abdrucknahme. Bei den herkömmlichen Abdrücken verwenden wir ein spezielles Abdrucksmaterial, Da dies eine manuelle Arbeit ist, kann es vorkommen, dass Prozedur wiederholt werden muss, um genaue Ergebnisse erzielen zu können. In vielen Fällen müssen auch noch nach der Entgliederung Korrekturen und dem Zahnersatz durchgeführt werden. Dieses Verfahren kann bei einigen Patienten Würgereiz auslösen. Jetzt zeige ich Ihnen die digitale Abdrucknahme. Mit der digitalen Abdrucknahme können diese Probleme nicht mehr vorkommen, da die so Erstellenabbrücke äußerst präzise sind. Die Prozedur ist nicht schmerzhaft, nicht unangenehm und völlig sicher. Das Einscannen aller Zähne dauert nur ein paar Minuten lang. Das intraorale Scannen ermöglicht, ein dreidimensionales, virtuales Bild über die Zähne zu erstellen. Dieses Bild können wir während der Behandlung als Basismodell für die Anfertigung von prothetischen Lösungen wie Kronen, Brücken oder auf Implantat angefertigter Zahnersatz verwenden. Dank der Genauigkeit der 3D-Oral-Scanners braucht man weniger Abdruck zu nehmen. Zudem werden die anfertigten Restaurationen passgenauer, wodurch weniger Korrekturen benötigt werden. Also kann die ganze Behandlungszeit verkürzt werden. Daneben ist ein großer Vorteil der digitalen Abdrucknahme das Würgereiz und die durch die Abdrucksmaterialien ausgelösten allergischen Reaktionen ausgeschlossen werden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute aus Ungarn. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.